Die Sun Princess, das erste Schiff der Sun Class, kann bis zu 1950 Passagieren eine unvergessliche Reise bieten. Entdecken Sie mit der Sun Princess Australien und Neuseeland oder Asien, Indien und Afrika. Das 261 Meter langen Kreuzfahrtschiff wurde vor kurzem um das beliebte Sanctuary und Movies Under the Stars erweitert. Die Sun Princess bietet einen außerordentlich hohen Anteil an Balkonkabinen, die Ihnen ermöglichen, in aller Ruhe die großartige Aussicht zu genießen. Auch die Auswahl an Außenkabinen ohne Balkon und an Innenkabinen wird Sie überzeugen. Aber egal auf welche Kategorie Ihre Wahl fällt, alle Kabinen bieten Bettwäsche aus 100% ägyptischer Baumwolle, Satellitenfernsehen und kostenlosen Zimmerservice. Nehmen Sie doch erstmal ein Bad in der Sonne und wenn es Ihnen zu heiß wird, zur Abkühlung ein Bad im Swimmingpool. An Bord der Sun Princess stehen Ihnen insgesamt zwei Pools und vier Whirlpools zur Verfügung. Gönnen Sie sich eine Auszeit im Lotus Spa, wo eine Auswahl aus über 50 verschiedenen Schönheits- und Gesundheitsbehandlungen geboten wird. Lassen Sie sich anschließend im zum Spa gehörenden Salon die Frisur und Nägel zurecht machen. Absolute Ruhe genießen, dem Stress entfliehen, das kann man im Sanctuary. Wer auch auf hoher Seen Bewegung bleiben möchte, kann eine Party Basketball oder Paddeltennis spielen, ein paar Runden joggen oder im Kraftraum trainieren. Nutzen Sie die Zeit an Bord, um ein schönes Andenken zu basteln, um zu erfahren, wie man verschiedene Gourmetgerichte kocht oder um ein Ständchen mit ihren Mitreisenden zu singen. Die Sun Princess bietet eine große Auswahl in Workshops und Vorträgen. Genießen Sie die Ruhe in der Bibliothek, während Sie endlich das Buch lesen, für das Sie sonst nie Zeit finden oder schlindern Sie durch die Galerie. Wer auch im Urlaub E-Mail schreiben möchte, dem steht das Internetcafé 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Genießen Sie beim Speisen im Hauptrestaurant die traditionelle Kreuzfahrtatmosphäre oder lassen Sie sich im Spezialitätenrestaurant Sterling Steakhouse ein Steak nach Ihrem Geschmack zubereiten. Wenn Sie eine Balkonkabine gebucht haben, können Sie sich mit Ultimate Balcony Dining, köstliche Mahlzeiten auf Ihrem privaten Balkon servieren lassen. Wenn es etwas schneller gehen soll, können Sie auch eine Pizza oder einen Hamburger essen oder sich aus einem Buffet etwas aussuchen. Abends sorgen die unvergleichlichen Vorstellungen im Princess Theater für Unterhaltung. Wer lieber eine Runde Roulette oder Poker spielen möchte, dem stehen die Türen des Grand Casino offen. Sie können sich aber auch einfach an einem Drink oder einem fruchtigen Cocktail in einer der Bars und Lounges erfrischen, während Sie Ihre Mitreisenden kennenlernen. Genießen Sie mit der Sun Princess die Sonnenseite des Lebens. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns kostenlos an. Wir freuen uns auf Sie!